Großbritannien steuert auf den harten Brexit zu, das wissen sie. Es bleibt leider kaum noch Zeit für Verhandlungen und das befürchtete No-Deal-Szenario wird immer wahrscheinlicher. Trotzdem ist Premierministerin May beim Parteitag ihrer konservativen Tories diese Woche geradezu beschwingt zum Rednerpult getänzelt zu Abbas Dancing Queen. Ja, das war nicht schlecht, oder? Das kann man machen. Vor allem war es natürlich eine selbstironische Anspielung, weil Frau May inzwischen einen Ruf hat als legendär schlechte Tänzerin. Neulich beim Afrika-Besuch hat sie ja im Prinzip sowas wie den Tanz zum Brexit aufgeführt. Ja, der Schluss war gut. Ja, kurz danach hat es in Afrika zwölf Wochen am Stück geregnet. Eigentlicher Star des Parteitags der Tories war aber natürlich ihr Feind, ihr Konkurrent Boris Johnson, Ex-Außenminister und völlig durchgeknallter Brexit-Hartliner. Ja, der Mann hat gar kein Amt mehr, gilt aber als kommender Herrscher der Insel. Er findet Frau Mays Pläne, den Checkersplan, ich zitiere, geisteskrank, was aus seinem Mund irgendwie lustig klingt. Aber aus seinem Mund klingt ja fast alles lustig. Die EU erinnert mich ein wenig an schlecht designte Unterhosen. Solche, die an einigen Stellen zu eng sind, viel zu eng. Und an anderen dann wiederum in geradezu gefährlicher Weise zu weit. Nicht drüber nachdenken, vertrauen Sie mir, führt nirgendwo hin. Es führt nirgendwo hin. Die Brexit-Befürworter haben null Plan für den Ausstieg. Null. Sie sind mehrfach beim Lügen erwischt worden und lügen jetzt umso dreister weiter. Mays Außenminister hat die EU gerade in dieser Woche als Gefängnis bezeichnet und mit der Sowjetunion verglichen. Die EU. Nur weil sie nach einem Austritt nicht mehr den vollen Zugang zu unserem Binnenmarkt hätten. Ihr wolltet doch raus. Für diese Vögel braucht man inzwischen einen Brexorzistenfreunde. Ernsthaft? Ja! Ist ja nicht übertrieben. Hier, Engländer, die Tante Angela erklärt euch das nochmal wie sehr sehr doofen Kindern. Aber es gibt eben auch ein paar Maßstäbe. Und einer dieser Maßstäbe ist, dass man nicht zum Binnenmarkt gehören kann, wenn man nicht Teil des Binnenmarktes ist. Ja genau, Engländer. Nur wenn man im Binnenmarkt ist, ist man im Binnenmarkt. Kapiert? Got it? Komm, ich mach's noch einfacher. Guck mal, das hier ist meine neue Boris Johnson Sockenpuppe. Guck mal. So. Und das hier ist die EU. Ja? Jetzt ist der Boris drinnen, draußen. Drinnen? Draußen. Aber hier hab ich ja gar keinen Binnenmarkt mehr! Aber du wolltest doch raus. Halt die Fresse, du Nazi! Sag mal! Es hat ja keinen Sinn! Es bringt ja nichts. Die meisten von denen sind Argumenten gar nicht mehr zugänglich. Es ist eine Insel mit begrenztem Platz. Wenn man sie füllt, ohne Kontrolle darüber, womit wird sie sinken. Sie wird untergehen. Ja, das ist Fakt. Jede Insel hat ein bestimmtes Fassungsvermögen. Ja! Wenn du da nur einen dicken polnischen Klempner zu viel einwandern lässt, dann kippt nicht nur die Stimmung, dann säuft der ganze Laden ab. Das ist Schwerkraft. Schwerkraft auf Britisch. Das müssen wir natürlich ganz realistisch sehen. Ratschläge aus Deutschland wollen die Briten als allerletztes. Aber einen Mann hält das nicht ab. Gernot Hassknecht. Gernot Hassknecht erklärt den Engländern, was nach dem Brexit passieren wird, in 150 Sekunden. Sehr geehrte Engländer, dear Brits, meine lieben sommersprossigen Freunde. Die Uhr tickt, the clock is ticking. Am 29. März 2019 um Punkt 11 Uhr abends seid ihr raus. Und ab 11 Uhr eins will ich nie wieder was von euch hören. Echt schade, dass ihr geht. Aber euer Gejammer steht mir bis hier. Schlimmer als Jossis. Plus diese Arroganz. Aber es wäre womöglich ein wirtschaftliches Desaster. Das glaube ich nicht. Ich wüsste nicht warum. Wenn wir die besten Produkte in der Welt produzieren, dann werden diese auch andere Länder weiterhin kaufen wollen. Die besten Produkte. Das muss wohl der berühmte britische Humor sein. Dieses widerliche Bier, das man mit Messer und Gabel trinken muss. Engländer, ihr habt eine, Achtung, negative Handelsbilanz. Ihr seid import-süchtig. Allein könnt ihr euch nicht mal ein Brot schwieren. Das belegte Pausenbrot, das Sandwich, ist in Gefahr. Käse aus Irland, dänischer Schinken, Gurken aus Holland und Tomaten aus Spanien. Oh, kippt euch doch einfach ein bisschen von eurem berühmten Essig drauf. Schon schmeckt's. Kein Witz. Im letzten Jahr importierte Großbritannien 3000 Spermer-Spenden von der größten europäischen Samenbank in Dänemark. Unfassbar. Zu faul zum Selberwichsten. Aber damit ist bald Feierabend. Wir schneiden euch von der Spermer-Versorgung ab. Nix mehr, Wikinger-Gene. Dann müsst ihr euch wieder aus eurem eigenen Genpool bedienen. Laut britischem Notenbankchef kostet der Brexit den Durchschnittshaushalt jetzt schon 900 Pfund pro Jahr. Und für alle, denen das zu kompliziert ist, stelle ich den weiteren Verlauf des Brexit hier mal symbolisch dar. Mit einem Doppeldecker-Bus. In diesem Sinne, gute Fahrt. Oder auf Englisch, good fad. Tschüss. Gerne und Hass kriegt, meine Damen und Herren. Applaus 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 Applaus